Musik Der Minister bedauertartige Äußerungen. Der Minister bedauertartige Äußerungen. Am Anfang seiner Frankfurter Poetikvorlesungen hat Ernst Jandel das folgende kleine Gedicht gestellt, Der Mund. Der Minister bedauertartige Äußerungen. Der Minister bedauertartige Äußerungen. Der Minister betalderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderdersderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderder Vielen Dank, die unterländische Sprache ist eine von mir erfundenen Parallelsprache Die Sprache hat damit keine Bedeutung, sie verpassen also nichts, wenn sie das nicht verstehen, das hat überhaupt keine Bedeutung Zwei Gedichte im unterländischen, erstmal Kugladast Hey, labio! Das kommt an ein bisschen Trinklid. 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 Am Anfang seiner Frankfurter Poetik-Vorlesungen hat Ernst Jander das Wort in die kleine Gedichte gestellt. Das kommt an ein bisschen Trinklid. Das kommt an ein bisschen Trinklid. Das kommt an ein bisschen Trinklid. Untertitelung des ZDF, 2020